Hallo und herzlich willkommen bei Kingdom Hearts 2.5 Final Mix. Oh ja, Leute. Wir sind hier im geweihten Land. Genau, und ich hab mein... Ich hab mein Schluss des Schwerts im Maul. Ja, also... Ja gut, was hab ich gesagt? Gar nichts. Warte mal, bevor du reingehst, drück mal Start, bitte. Ja. Und auf Items, bitte kurz. Bleib mal auf Items, also Zora. Hey, wir haben mehr Platz. Genau, da ist mir... Meine Attention ist da auch reingegangen. Und wir haben jetzt auch hier... Reflekt dort drauf. Genau, wir haben Reflekt jetzt reingetan, weil... Ey, das ist geil. So im Laufen, so... Jetzt ist das so eine ganze MP weggemacht. Aber das können wir beim Speichern ja wieder wegmachen. Ja, cool. Also zurückholen. Ey, das ist so voll zum Spam. Das ist eigentlich voll gut so. Ja, du meinst. Ja. Okay, Leute. Aber Leute, wir gehen jetzt weiter. 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 Are you thinking what I'm thinking? Huh, what? What do we do? Stay back. Die Siege alle herzlos. Alter, guck mal, wie groß die sind im Gegensatz von mir. Tschsch, Box Jung. Das ist blöd, dass ich meinen Dryfire gar nicht benutzen kann. Kann ich den gar nicht benutzen in der gesamten Welt? Hallo? Oh, leider nicht. Tu mal Rodeo. Wuuu. Und jetzt? Das ist so schade, warum. Boah, tsch. Jetzt hat er seinen Kopf verloren. Alter, wie viel? Hast du 177, ey. Sogar sein Kopf ist weg. Guck mal, die Musik. Hörst du die Musik? Ja. Das macht Goofy da. Das macht Goofy da. Oder vielleicht dieser wirklich großartige Bully named Pete. Oh, well. Wir müssen auch mal gucken. Okay. Die Pridelands sind gefährlich. Scar und die Hyänen haben alles unvergültig für alle. There's no food left. They've driven off the prey. We're about to starve. We can handle a little danger. You just saw us beat those Heartless, didn't you? I guess you're right. You could be just what the kingdom needs. Maybe you can help us. You mean take on this Scar guy and all those hyenas? Scar? He took over when our last king, Mufasa, died. So you're saying this guy is your king? You want us to take down your king? Wait just a minute. We can't just go around knocking kings off their thrones. Then again, if they see that I'm stronger than their king, maybe they'll ask me to be their next king. Sora? I'd have to refuse, of course. Still, I'd like to see the Pridelands. So you guys don't mind lending them a pot, do you? Uh oh. There we go again. She's gonna go on ahead and tell the other lionesses. We're supposed to meet her at a place called Pride Rock. We're looking at this place. But first of all, we're looking at this place, right? Just like... Äh... 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 Können du... Können du da und Guffi nicht zuhören, was sie sagt? Wie? Oder warum hat Sora grad für sie übersetzt? Gefühlt. Er war doch da hinten. Deswegen. Die haben nicht so richtig zugehört. Also erstmal hier über die Truhen öffnen, ne? Oh, Abilitamin! Das finden wir irgendwie die ganze Zeit, ne? Ja. Das ist ja schon nichts Neues. Ach, wir können auch mal gucken, ob wir neue Abilities zufällig haben, ne? Ja, machen wir. Was ist das? Löwenform? Ja. Das lass ich einfach alles so, ne? Ja, das kannst du ja nicht anders sein. Boah, wer mehr ich in der Menge. Warte, Aufwärtsschlitz. Drücke Quadrat, um einen Gegner während einer Combo hoch in die Luft zu befahren. Letzter Schwung. Ich denke, kommen wir aufschlussend auf. Vielleicht, ne? Sturmsatz. Bewege dich beim Blocken blitzschnell vorwärts, um dich einem entfernten Ziel zu nähern und dessen Abwehr zu durchbrechen. Ich glaube, du kannst sogar beides holen. War zu bewegt. Ne, das schaffen wir nicht. Das kostet sieben. Sturmsatz könnten wir aber holen, ne? Die brauchen wir eh nicht. Oh, Trio Limits. Das ist eigentlich Triogramm, weißt du? Ja. Aber das sind ja all deine MP weg. Unten haben wir auch noch voll viel. Ich denke, ich würde sagen, erst mal letzter Sprung oder Sturmsatz? Eins von beiden. Wie du willst. Komm. So, dann schauen wir uns hier mal um. Den Sprung musst du ja doch eigentlich hinkriegen, oder nicht? Ich glaube schon. Wenn du X nochmal... Wie in Agrabat damals. Wenn du X. Alter. Zweimal wie in Agrabat. Wir waren herzloser. Tötten wir erstmal die. Der Box hat Schuhe an. Der hat der Box hat Schuhe an? Ja, hast du das nicht gesehen? Nö. Das geht mir alles viel zu schnell irgendwie. Das geht mir irgendwie voll langsam. Alter, das war voll schnell. Aber du hast ja Kingdom Hearts 3 gespielt, ne? Ja, irgendwie fühle ich mich voll... Klapper, Soldaten. Ja, keine Ahnung. Wir waren sogar gut im Level mit dabei. Die haben ja gesagt, Level 26. Wir sind Level 27. Genau, da sind nochmal schön viele Sachen. Ich sag, die nehmen wir auf. Cyanin Stein. Ah, was ist das? Luna Stein. Ich finde Goofy's Move voll cool. Guck mal, wer mit uns kommt. Ja, wie soll er sich denn sonst bewegen, ne? Die sollten aber auf jeden Fall noch Sachen sein. Da vorne zum Beispiel. Ab da. Mythroschlitter. Da haben wir auch noch was. Lunatropfen. Da ist auch noch was. Das macht irgendwie... Also, ich mag das zwar nicht so als Löwe jetzt so zu sein, aber das Kämpfen ist halt ganz anders gefühlt, ne? Und die sind halt mega schnell im Gegensatz zu... Äh, wenn man normale Sohra ist, weißt du? Hm. Das ist voll heftig. Wie viele Ton gibt es hier eigentlich? Zeig mal. Oh mein Gott. Gar nicht so viel. Okay, mehr als ein Halloween. Das ist verdammt viel. Da 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 da... Joah. Joah. Da sind ja noch einige Truhen. Können wir uns mal, ne? Aber ich glaube, hier ist alles, ne? Hier haben wir alles. Und du willst gucken, wo man ein bisschen rum, aber ich glaube, dass es jetzt erstmal fürs Erste alles war. Ja, jetzt müssen wir mich hier lang, ne? Ja. Dieser Wanne. Alter Schwede. Ich weiß, gibt es hier keine Truhe. Ich wollte gerade sagen, dein Platz ist so groß. Das erinnert mich ein bisschen an Ocarina of Time, diese Oberwelt da. Hyrule ist auch so groß. Echt? Ja. Viel größer. Also, schau mal. Diese Wanne ist ziemlich groß eigentlich. Also hier. Und hier gibt es keine Truhen? Soweit ich weiß nicht. Aber bestimmt mega viele Kämpfe. Wirst du eigentlich lang gehen? Geradeaus oder rechts? Geradeaus. Da rechts ist ja auch ein Weg. Ja, da gehen wir uns später hin. Wir mussten ja erstmal zum Geweihten abgehen, da. Der König, was man du kennst, du hast den Film geguckt, ne? Ja, ich hab alle 30 mal geguckt. Ich nicht. Also sag mir was über diesen Film. Ja, Leute, ich hab König der Höwen nicht geguckt. Und ich bin kein Fan davon. Ich kassier den Hate Me, geil. Die Story wird dir eigentlich schon viel darüber sagen. Und zwar ist halt Mufasa geklebt worden. Und das ist wer? Und du kannst dir gar nicht denken, wer das war. Boah, das freu ich dir jetzt nicht, wenn du es nicht weißt. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich kenne von dem Film nichts. Ja, das wirst du schon auf jeden Fall sehen. Ähm, was kann man noch zum Film sagen? Halts Simba ist jetzt mit Timon und Pumbaa woanders. Die beiden kenne ich, ja. Weil Ska zu ihm gesagt hat, dass er abhauen soll. Okay. Weil, ähm, wenn das seine Eltern herausfinden. Äh, also Ska hat ihm so gesehen die Schuld für den Tod seines Vaters gesagt. Also gegeben. Das ist er. Äh, was? Was ist es? Ich sagte Rafiki, du kannst uns helfen, Ska und den Hyänen aus dem Pridelands. Aber er sagt es nicht funktionieren. Ich weiß es nicht, wer hat die Pridelands sein, wird unser nächster König sein. Und er muss die richtige Qualität sein. Also, ich glaube, sie bedeutet, dass du nicht verletzt hast, Sora. Äh, ich bin sorry, dass du all diese Richtung kamst. Hey, nein, es ist okay. Du besser gehen, bevor Ska findet, dass du hier bist. Ich bin wirklich sorry. Ja, wir können gerne gehen. Ich habe kein Problem mit. Also, wir können gerne gehen. Dann gucken wir uns aber erstmal noch schön rum. Ne, wir nehmen doch die ganzen Schätze mit. Man verrückt sich leicht in den Weiten der Savanne. Haltet auch schon nach charakteristischen Dingen. Etwa die Knochen beim Infantenfriedhof oder der zerklüftete Fels hier. Der hier oder was? Das ist Rafikis Zuhause, da kannst du auch reingehen eigentlich. Kannst du speichern. Man hört dich nicht von da. Da kannst du speichern. Tut mir leid. Ich glaube, hier sollte aber auch noch eine Tour sein. Guck dich mal um, oder? Dreh dich nochmal um. Du siehst das Bild eines Löwen. Ne, okay, doch nicht. Da habe ich mich dann wohl... Getäuscht. Sehr getäuscht. Die Höhle des Weisen. Also, ist der ein Weiser oder was, dieser Affe? Ja. Ey, die Bilder sehen cool aus. Das waren meine alten Spielstände, Leute. Achso. Ja, ich habe es gar nicht erst gesehen. Das ging jetzt so frame-perfekt. Für diejenigen, die richtig schnell waren, gesehen haben, das sind meine Spielstände und hat nichts mit dem jungen Boy Mikael zu tun. Ich habe damit keine Ahnung. Der ist ja schon durchgespielt. Ich glaube, da vorne sollte... Boah, das sieht aber cool aus, so. Ah, da ist eine Truhe. Hui. Geil. Ich glaube, hier irgendwo sollte es eigentlich noch eine, ähm... Wie ist denn der Puzzleteil sein? Guck ich nochmal um. Guck mal hoch. Ah, da, genau. Da kannst du rüberspringen. Von oben nach da hin. Freudenkristall. Und da unten ist auch noch was. Genau. Nitro-Tropfen. Boah, Kinder Martz 3 ist es viel schwerer, solche Truhe zu finden, weil die Welt ist auch noch ziemlich riesig. Okay. Das sehen wir ja dann. Huah! Perfekt-Tropfen an Abenddämmerung-Teil. Ja, jetzt können wir weggehen. Abhauen, weil wir eigentlich jetzt alles haben, soweit ich jetzt sehe. Gehe ich mit dem Ganzen hier reden? Ja. Seit Ska König geworden ist, verfällt hier alles zusehends. Was sollen wir tun, wenn die Hyänen all unsere Beute auffressen? Sie auffressen. Es gibt uns etwas zu jagen. Wir sollten die Gnu-Schlucht passieren. Aber das geht ja nicht. Ska würde uns niemals von hier fortlassen. Warte mal, wer ist jetzt Ska? Ist der jetzt gut oder böse? Wer ist das? Ska ist der Bruder von Mufasa, den man auch noch gesehen hat. Also der ist gut? Nein. Achso. Ich habe keine Ahnung. Man verirrt sich leicht in den Weinen. Ja, das hast du schon gesehen. Achso. Ach ja. Dann wollen wir mal abbauen jetzt hier, nicht? Und wo geht es hin? Ach, mit der habe ich nicht geredet, aber... Ich glaube, das ist Nala. Nala? Nala. Nee, doch nicht. Ska ist grausam und brutal. Ihr tätet gut daran, euch von ihm fern zu halten. Die blauen Augen verraten es ja, ne? Achso. Ja. Das ist die... Das ist die Höhle des Königs, in der einst eine lange Linie von Königen herrschte. Jetzt gibt es dort nur solche, die diesem Anspruch nicht gerecht werden. Tschüss. Oha. Wir sollten weg von hier. Aber wo geh denn jetzt? Einfach weg, oder was? Einfach abhauen. Einfach weg hier. Sie wollten dich nicht haben. Tschüssi. Tschüssi. Hey, a snack. Snack? Nah. Mm-mm. We got us a three-cost meal. Ha ha ha. Ah ha ha. Ha ha ha. Eeeh hee. Look at that. Here comes Scar, the king. Heh heh. Heh heh. Ah. And Pete. hisse hmm i'm back what are you doing here oh the cute little kitty is worried about me if i were you i'd be more Ich habe keine Worte über meine Freunde. Charry! Wir sind so rum! Gehen wir, Frau. Du hast etwas huntingt zu tun. Die Herzen haben sich geblieben, Scar. Wir können nicht in eine Lande mit kein Prenn. Kein Prenn? Dann, was du das? Wir sind nicht Prenn. Oh, schön und frisch, auch. Na, sie sind alle, Scar. Gehen! Sie sind ja auch verwirrt. Seid mich! Es ist nicht deine Schuld! Zora wäre kein guter König. Na, versuchen musste ich es zumindest, was? Du wolltest also wirklich König werden? Naja, ein bisschen vielleicht. Du, Nala, ist da denn sonst niemand, der König werden könnte? Es gab da jemanden, aber er starb, als er noch ein Junge war. Er war der Sohn unseres letzten Königs Mufasa. Wenn Simba jetzt doch nur hier wäre. Simba, aber Simba geht es gut. Er hat erst vor einem Jahr noch Seite an Seite mit uns gekimpft. Du meinst, Simba ist am Leben? Aber wo ist er denn? Das weiß ich nicht. Dennoch, Simba lebt. Ich kann es nicht glauben. Bitte, erzählt mir mehr über ihn. Natürlich! Aber zuerst sollten wir uns von Scar entfernen. Und wir gehen durch die Knuschlucht. Doch, dann wird er uns nicht folgen. Die Knuschlucht. Simba hat uns ja geholfen, ne? Ja. Als so ein Trophäe oder... Weißt du noch, diese eine Passage in Hollow Bastion? Wo wir immer wieder runtergefallen sind, aber Simba hat uns da den Arsch gerettet. Ja. So, jetzt da hin, ne? Da oben, unten rechts. Genau. Ui. Aber ich fand das geil hier voll. Ja, beim ersten Teil, als wir gegen diese Dingsda kämpfen mussten. Und diese Schwarzen und diese... Engel. Engel Schwingung in Victor. Genau. Genau werde ich niemals vergessen, Junge. Die haben mir so einen Leid gebracht damals. Da hat uns Simba aber auch richtig gut geholfen. Ja. Den haben wir auch sehr oft geholfen. Bei End of the World, ne kurz vor Boss. Ja. Uuuh. Alter, Erinnerung, komm hoch, oder? Geh weg. Uuuh. So, dann gehen wir mal jetzt zur Knuschlucht, oder was es ist. Hey, warum das lange Gesicht, Simba? Du musst aufbauen und leben ein bisschen. Ja... Ja. Was warst du denn? Ich denke. Der Vergangenheit, oder? Hmm. Hakuna Machada! Schau dir, wie er ist, Humba? Warum, als ich den kleinen Mann habe, war er nur so groß? Doch. Ich denke, es war schön. Wow! Was ist falsch? Wir werden es nicht verletzt. Ich denke, Rafiki war es richtig. Was? Es geht nicht, es ist nicht wichtig. Hier, ich zeige dir, wie. Du kannst es tun. Wie hat Goofy das jetzt geschafft, Leute? Das ist die Frage. Okay. So hat die Ability Spurt genannt. Spurt? Nee, ich bin Spurt jetzt. Jetzt kannst du mit Fiek laufen. Nein, du läufst jetzt mit Fiek. So ist es nicht auslusten? Löwenform, Löwenform, genau. Das ist Spurt. Halt Fiek gedrückt, um dich schneller vorzuregen. Yo. Woohoo. Was ist das denn? Wuii. Das ist ja voll geil. Guck die Fresse. Siehst du das? Was? Sie haben Boxer schon. Siehst du das? Ich sehe das gar nicht. Die sind schon zu schnell tot. Boah. Energie drauf. Energie drauf. Hier sollten sehr viele Scheiße sein. Aua. Steile Toten. Boah, du hast nicht geboxt. Du hast nichts gegeben, Digga. So muss das sein. Was ist das hier? Mit den Tropfen. Oh yeah. Hier sollten schon noch voll tausend Sachen sein. Deswegen gucke ich mich jetzt hier auch... Aha. Siehst du das? Das ist ein Boxer-Enschule. Ah, jetzt habe ich es gesehen. Blau. Das ist ja Little Mac besser, Mann. Hat dich das jetzt getriggert ein bisschen? Mhm. Sorry. Ja, aber Little Mac ist kein Airfighter, das weißt du. Boxing. Oh, guck mal. Er macht bald schon seine Fäuste, wenn sie boxen. Oh, magiekraft. Plus eins. Oh, er hat sich geboxt und hat nur so wenig Schaden gemacht. Ich bin von mir trainiert. Ist doch... Was bringt dir Boxer-Enschule, wenn du keine Muskeln hast? Oh, ist ja so. Nichts. Der Bündetermin. Davon haben wir im ersten Teil richtig wenig gefunden, Alter. Wie? Talenstein. Hab überhaupt welche gefunden? Ich habe keine Ahnung. Ja, ist doch so fünf vielleicht, ne? Gefühlt. Aber der Bündetermin. Obwohl, nee. Nicht mehr, aber nicht mehr. Wir haben so 20 Stück gefunden. Durch ganz Kingdom Hearts 1, würde ich sagen. Oder 15. Z-Z-Z-Z-Z. Ja. Du ziehst du? Nein. Okay. Ah, 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 ah. When Simba's father, King Mufasa, died, we were told that Simba died alongside him. Who told you that? Scar. It is time! It must be Simba! Zora, hurry up! Wait up! You crazy shit! You just have to go to the head. No, it's heartless, right? Oh, wow! Can you not fall here? No. That's what I'm asking for now, because I need this. You need this? Because you want to go down here? so was haben wir denn hier noch? ich muss mal gleich gucken wie viele Truhen noch fehlen wir haben eigentlich ziemlich viel schon gesammelt wow Rufi und Dona sind sehr gute Jungs hier, die helfen nicht die helfen nicht? gut ne? also ich seh das ja nicht so wirklich ja guck mal Dona macht die ganze Zeit fire und Rufi macht immer los das ist eigentlich voll die geile Kombo so Finstersplitter was für Zeugs wir hier alles finden so wie viel fehlt denn jetzt noch? hmmm joa 7 morgenteil hier sind Puzzleteile, ich glaub das wird noch richtig das wird noch ein richtiger Arte Yes! Jetzt kannst du... Salotto... Oh, jetzt hast du es vergessen. Ah, du machst jetzt deine Kampo hier. Ja, die hab ich noch gar nicht gemacht, denke ich. Ja, okay. So, nehmen wir noch die ganzen Sachen ein. Schon gehealt. Dann nehmen wir noch das hier. Jetzt brauchen wir noch 6 Stück. Zack. Mitre Tropfen. Sehr gut. Ja, gehen wir weiter, ne? Ja, gehen wir weiter, ne? Noch 5 Stück. Ich glaub, die letzten 5 sollten noch hier sein. Also, noch ein Gebiet. Achso, das ist noch. Zack. Achso, ich hab kein Gegner. Boah, auf jeden Fall ist was drauf. Stimmt. Ey, das erinnert mich an den Gegner aus Jake und Exa, ne? Dieser eine. Doch, ein Elixier. Ist das selten? Ja, eigentlich schon. Aber du bist ja richtig cool. Ach, was. Man findest die Sachen. Ach, was. Freundstein, 4. Den hast du schon gesammelt. Da ist auch noch mal 3. Da ist noch einer. 3. 3. 3. 3. Das Eis macht gar nicht so viel Schaden, ne? Ja. Das geht. Das ist okay. Normale Herzlose, ne? Diese kleinen. Die geben 14 Erfahrungsmittel schon. Das ist... Das ist... Das ist unglaublich. Irgendwas sagt mich, ich hab irgendwas vergessen gerade. Wenn es dir jetzt auch einen Irre-Elexier gibt, ne? Dann bist du richtig... Kyla, what the fuck? Kyla auch noch. Kyla? What? Okay, da hast du doch nichts bekommen, nicht? Achatstein. Achatstein. Boah, ich muss sagen... Gibt diese Achat-Dinger auch da? Ich mag diesen Film und sowas alles eigentlich gar nicht, ne? Aber ich muss sagen, als Level zu spielen ist tatsächlich viel besser als ich gedacht habe. Gerade dieses richtig schnelle... Guck mal wie schnell ich bin. Jetzt bin ich da aus Versehen schon reingelaufen. Du kommst echt schnell durch hier. Ich bin ich. Sora. Donald und Goofy sind auch hier. Sora? Donald! Goofy! Junge. Da war eine Truhe? Wir backen ab, noch später essen und sammeln wir die Sachen, ja. Später, das ist alles noch zu Ende. Doch ja, noch zwei Stück, glaube ich, soweit ich weiß. Oase. Bei der Oase. Da hinten sind, und da sind auch schon die letzten zwei, Bruder. Alles frech. Alles voll frech hier. Frech. Fisch. Alles voll fisch. Oh, diese Flinzen. Oh, du bist voll frech. Kann ich da stehen? Nee. Gotta go fest! Nein, aber du könntest... Ja, ich glaube, das ist möglich. Es ist machbar, du. Okay. Das ist auch eine Seite. Die ist schon wieder weggedrückt, aber so schnell. Ich drück mal Kreis, aber der Mann. Ja! Ich glaube, ich muss das mit richtig Fast Speed machen. Dann mach das mal. Perfekt. Ja! Ach, Mann. Ich glaube, du schlägst viel zu früh. Da-da-da-da. La la la. Hui! Ah! Oh, mein Gott. Das wird jetzt auch nochmal 50 Minuten. Ja, das wird echt 50 Minuten. I'm a little bit of a jean. I'm a little bit of a jean. Jean? Ding! Das war jetzt keine Verwaltung. Ja, das war irgendwie dumm. du machst mich sprachlos sprachlos sprichst du nicht er redet so schnell, es geht gar nicht Leute, der Part endet sowieso jetzt hier wir gehen nicht mehr zu Jim-Bart wir gehen nicht mehr zu Jim-Bart ach ja! ja! oh, Alter, das ist nicht nur eine Millisekunde egal, ich hab's hier gekriegt nur krieg immer her, du Bastard was weiß ich, Alter Kaufen, Hammergute Alter, Besen des Herrn ein Stab der K... Besen des Herrn Gute Balance aus hoher Angriffskraft und hoher Magikraft aus des Cumulus Kranz Guck mal nach... Alter, Mann! Das ist Dreck still! Jo, guck mal uns lass mal beides gucken Cumulus Kranz einfach nur, weil wir geil sind boom die sind kauftätig das können wir uns nicht kaufen doch, Besen des Herrn können wir uns leisten nein du musst uns was verkaufen, mein Sohn was soll ich denn verkaufen? verkaufen äh feine Äh 100 ne, geh mal weg ne das göttliche Tuch das göttliche Tuch das göttliche Tuch soll ich das verkaufen nennen? nein wir behalten alles du hast doch gesagt verkaufen was? wir behalten alles du hast doch gesagt verkaufen ne, ich hab's ich hab mich anders überlegt ich hab ich hab ich auch noch Itemherstellung so, Abilitamin jetzt Abilitamin Magie, was ist das? jetzt kannst du ein Magie Plus noch bekommen 2 Abilitamin 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 Magiesphäre er hat Magiekraft und nehm Wert 1 das gibst du dir selber, ne? SORRA weil ich hab, du bist einfach Goofy hat deine 1 ach, ihr könnt Genie rufen, Mann! ja, das müsst ihr auch noch machen das hab ich voll vergessen Janie Janie TUSH CHAMPIONG gib ihm gib ihm Was hat er noch hier? wo kannst Du nicht sehr schlechte und Natalie gut Leute warte reden wir nochmal dem Typen hier Hört sich also an als wären Simbas freund einen Schwierigkeiten das ist vielleicht neuer Gegner dann nichts wie Simba hinterher was ist das wohl 4 ein Schrei war? er kam aus demesen Turkeys gut Leute haut rein habt nen wununustunen Tag Und dann, Jada Go Saints! Black Queen, Leute! Tschüss! Chowikovski! Chowikovski!